ja liebe kolleginnen und kollegen wir sind jetzt gemeinsam am ende des ebmuk plus angelangt und sie haben ein kompaktes päckchen an grundwissen zur digitalen erwachsenenbildung erworben aber vielleicht fragen sie sich trotzdem schon an dieser stelle wo man jetzt zu diesem thema auch weiter lernen kann und das weiter lernen zur digitalen thematik in erwachsenenbildung bleibt sicher nicht aus und da kann man sich natürlich von interessanten angeboten inspirieren lassen oder von dem befürchten bedarf im alltag aber man könnte es auch systematischer angehen und dazu möchte ich ihnen jetzt noch einige möglichkeiten vorstellen und zwar meine ich damit selbsttests oder selbstevaluations oder selbsteinschätzungsinstrumente die speziell für unterrichtende in diesem bereich entwickelt worden sind der erste selbsttest den ich ihnen vorstellen möchte stammt aus dem projekt macweb und hier haben das deutsche institut für erwachsenenbildung und die universität tübingen zusammengearbeitet um einen test zu entwickeln der recht einfach aufgerufen und durchgeführt werden kann sie bekommen da auch ein ausführliches feedback dazu und ihr wissensstand und selbsteinschätzungsstand wird da auch mit dem der anderen teilnehmenden verglichen das heißt sie kriegen eine rückmeldung in relation zur fachcommunity eine weitere möglichkeit wäre das instrument das dem referenzrahmen diccomp edu entspricht diccomp edu ist der referenzrahmen für unterrichtende entsprechend dem europäischen kompetenzmodell diccomp für anwender und anwenderinnen und dazu passend wurde ein selbsteinschätzungsinstrument entwickelt das seit 2018 auch auf deutsch vorliegt und zugänglich ist und dieses diccomp edu verfahren ist eben kein test sondern ein reines selbsteinschätzungsinstrument man bekommt aber auch hier ein detailliertes ergebnis und das besondere dabei ist dass sie wirklich für jede teilkompetenz ausführliche tipps und empfehlungen bekommen wo sie in ihrem konkreten fall mit ihrem stand am besten weiter arbeiten könnten und wie sie in diesem bereich ihren kompetenzstand verbessern könnten und eine dritte möglichkeit ist das instrument digi check p das ist ein österreichisches selbstevaluationsinstrument für lehrer und lehrerinnen also es kommt aus dem schulbereich ist aber auch für erwachsene blinder und erwachsene blinderinnen sehr nützlich für die selbsteinschätzung die basis hierbei ist das dicicomp kompetenzmodell das von der virtuellen pädagogischen hochschule entwickelt worden ist und hier handelt sich um ein selbsteinschätzungsinstrument das mit einem multiple choice test kombiniert wurde der vorteil dabei ist dass sie ein unmittelbares feedback auf jede einzelne frage bekommen das heißt dieses instrument ist nicht nur ein test sondern auch gleichzeitig ein lerninstrument und vielleicht macht es ihnen ja auch spaß diese tests auszuprobieren und sich rückmeldung zu holen und sie fühlen sich ja vielleicht inspiriert sich dann die eine oder andere weiterbildung gezielt auszusuchen und hier sehen sie noch mal die drei tests mit den links dazu im überblick falls sie das jetzt ausprobieren und ihnen das testergebnis lust auf weiterbildungen macht dann besuchen sie uns doch auf erwachsenenbildung.at slash digiprof slash weiterbildungen und blättern sie den weiterbildungskalender durch und suchen sie nach ort und datum hier finden sie ausschließlich weiterbildungen zur digitalen professionalitätsentwicklung für die erwachsenenbildung dieser kalender ist auch ein guter ausgangspunkt um sich einfach von den bevorstehenden veranstaltungen inspirieren zu lassen. und dann gibt es noch einige veranstaltungen die in besonderer weise mit dem ebmukplus in beziehung stehen. Da wäre zunächst einmal ein barcamp im auftrag der KEBE zur digitalisierung in der erwachsenenbildung. wenn sie nach dem ebmukplus spezielle themenwünsche haben und einen austauschstart zu suchen dann kann ein barcamp als offenes format ganz ideal dafür sein. Wer den ebmukplus mit uns persönlich vertiefen und praktisch üben möchte kann das von 18 bis 20 mai ebenfalls am bfib tun denn dort findet der dreidäge workshop grundlagen digitales lernen und lernen statt. und von 29 bis 30 sechsten gibt es am gleichen schönen ort ein entwicklungslabor also eine art tagung zur digitalen erwachsenenbildung. danach ist für herbst 2020 ein workshop zum thema formateentwicklung geplant wo es um die weiternutzung von moocs und anderen offenen bildungsressourcen für neue formate geht. und ein weiteres barcamp im reinen online raum ist auch noch vorgesehen und soll ebenfalls das thema erwachsenenbildung im digitalen zeitalter behandeln. zum ebcamp und zum entwicklungslabor am bfib möchte ich an dieser stelle die veranstalterinnen einladen ein paar worte zu sagen. zuerst darf ich gabi filzmoser von der ag bildungshäuser einladen die im auftrag der kebö das barcamp im mai organisiert und durchführt. ja danke birgit und danke an die kebö die dieses barcamp wieder finanziert dass wir das durchführen können und danke an das bfab die die räume zur verfügung stellen. wir haben uns gedacht wir machen eben das barcamp für erwachsenenbildnerinnen und führen das eben zum thema digitalisierung in der erwachsenenbildung durch. das thema ist bewusst sehr breit angelegt damit wir ja möglichst viele themen abdecken können. es ist ein guter raum ein offener raum zur auseinandersetzung auch zur kritischen auseinandersetzung mit dem thema und eine möglichkeit vertiefende gespräche zu führen. beispiele aus der praxis kennenzulernen oder auch vorzutragen eine möglichkeit zur vernetzung und natürlich auch das eigene wissen und die handlungsfelder zu erweitern. ja das klingt sehr sehr spannend danke also ich höre wirklich die breite und die möglichkeit zur vernetzung und den starken praxisbezug heraus. magst du vielleicht noch kurz für diejenigen die das noch nicht kennen erläutern wie so ein barcamp funktioniert gabi. ja gerne es gibt eine website auch dazu die ist da unten eingeblendet. das barcamp beim barcamp gibt es keine zuschauer wie bei einer normalen tagung sondern alle sind auch teilgebende. alle teilnehmer die da kommen tragen auch etwas dazu bei. und deswegen wird auch der inhalt nicht vorher festgelegt sondern vor ort gemeinsam festgelegt was welche themen da dann besprochen und diskutiert werden. man kann jetzt schon vorschläge dazu einbringen also auch auf dieser website die eingeblendet ist. und ja es ist ein austausch ein praxisaustausch auf gleicher ebene also alle teilegebenden sind gleichberechtigt. und ja man darf da halt keine scheu haben da mitzumachen sondern mut haben und wir würden uns sehr freuen wenn da viele von euch dabei sind. wunderbar danke gabi es hat ja schon mal so ein barcamp stattgefunden das wirklich ein ganz toller event war. man kann sich da auch auf der eingeblendeten website noch die informationen aus dem vorigen jahr anschauen und das wird sicher wieder ganz ganz toll. es ist ein innovatives format das auch eben zum digitalen thema stattfindet und auch mit digitaler beteiligung und übertragung. also man kann dort auch digitales erleben nicht nur darüber reden. vielen dank. ich hoffe wir sehen dort viele kolleginnen und kollegen. ja freut mich. schließlich lade ich Cornelia Primschitz vom bfab ein uns die entwicklungswerkstätte also die tagung zur digitalisierung im juni vorzustellen. hallo von bfab ich möchte sie kurz über unser angebot vom 29 bis 30 juni 2020 an bfab informieren. wir wollen eine praxisorientierte tagung anbieten die unter dem titel aber vor allem unter dem motto aus dem vollen schöpfen angeboten werden soll. aus dem vollen schöpfen das klingt sehr toll sehr spannend. wie kam es denn zu dieser idee Cornelia? wir haben eine gruppe heuer implementiert die nennt sich dicklab. wir wollen mit dieser gruppe einerseits eben unser know how bündeln. aber auch eben themen die allgemein in der digitalisierung in der erwachsenenbildung vorherrschen aufgreifen und neue innovationen und projekte wiederum setzen. und somit haben wir diese praxisorientierte tagung die vor allem einen sehr großen workshop charakter eben aufweist sozusagen ins leben gerufen. wo wir den teilnehmerinnen und teilnehmern zeigen wollen was es schon für große vielfalt und fülle an diesen themen und projekten eben im bereich der digitalisierung in der erwachsenenbildung gibt. wir wollen aufzeigen was gibt es wie kann man dies nutzen. und vor allem in diesem workshop charakter wollen wir herausarbeiten oder sollen die teilnehmer oder können die teilnehmer teilnehmerinnen herausarbeiten. was sie für sich selbst in ihrer arbeit verwenden können. wie können sie sich daraus etwas selbst neu erbauen aber auch sich zu vernetzen kooperieren und neue projekte mit anderen eben ins leben rufen. wunderbar. ich denke das wird wirklich für viele sehr inspirierend sein aus dem vorhandenen etwas neu zu bauen oder auch personen kennenzulernen mit denen sie dann weiter kooperieren können. ich freue mich schon sehr auf diese zeit und die veranstaltung am bundesinstitut für erwachsenenbildung. außerdem empfehlen wir ihnen den newsletter von erwachsenenbildung.at zu abonnieren der auch laufend neuigkeiten zum digitalen lernen und lernen in der erwachsenenbildung enthält. bei dieser gelegenheit darf ich ihnen auch die rubrik digiprof auf erwachsenenbildung.at ans herz legen. hier gibt es neuigkeiten eine mediathek und eine werkzeugkiste. alles spezifisch zur digitalisierung im kontext der erwachsenenbildung. sie sind kontinuierlich im wachsen begriffen. wer es genauer wissen möchte stöbert am besten gleich selber oder lässt sich in einem video tutorial erstmal durch die rubrik führen. mit einem wort nach dem kurs ist vor dem kurs und es gibt zahlreiche angebote die zum dranbleiben und gemeinsamen weiterlernen einladen. wir hoffen dass wir uns bei dem einen oder anderen dieser angebote wiedersehen. wir versuchen der かfe des dreigungsalismus nochmal die berühmêuers wieder einmal zu werden. herrn